Und da sind wir wieder bei Let's Play Fest und wir suchen diesen Wasserfall-Raum oder Wasserfall-Level. Ich weiß echt nicht mehr, wie man da hingekommen ist. Weißt du das noch? Ähm, ja, aber ich will ja die Spannung halten, deswegen sage ich nein. Ja, ja, ja. So kennen wir nicht. Was ist das hier? War ich da schon mal? Ich glaube, ich war hier noch nicht. Hm, nein. Da kann man bestimmt irgendwann was machen. Nimm mal an, das wird wohl irgendwann hier mal runtergehen. Oder rauf. Achso, ja, oder so. Dass die Pyramidien rauskommt. Je nachdem, hier geht im Moment leider nix. Da steht gar nix hier. Wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Ach, nö. Ich glaube, ey, so lange habe ich das Gefühl, die Dinger kommen rein zufällig und sind gar nicht voreingestellt oder so. Sondern da läuft mal rum und zackt. Waren sie nicht beim letzten Mal auch schon hier gewesen? Ne, das war woanders. Hm. Ach, hier war ja die Glocke, stimmt. War hier überhaupt noch irgendwas? Ich bin ja gar nicht mehr in der Welt, wo ich wollte. Ich wollte es ja, naja. Hey, jetzt kommen wieder deine, deine klugscheiße Argumente. Ne, ich sag gar nicht, ey. Nö, nö. Du machst es ganz gut. Naja. Ich weiß ja, was du immer so sagst. Oh, guck mal hier, das scheint auch eine Tür zu sein hier oder so. Das ist ein Frosch. Nein, ich meine da, wo das Logo ist. Na, aber Kopf. Ne, aber geht nichts. Also geht nicht auf. Das ist ein Frosch. Ich geh gar nicht hier. Das geht ja gar nicht. Okay, das ist schon mal nicht der Richtige. Das ist auf der anderen Seite. Dann versuchen wir es doch mal links. Oder jetzt rechts. Ist das alles? Das ist alles reine Perspektive. Und was war hier? Hier war ja auch noch was. Gucken wir erstmal hier rein. Diese Animation. Wahnsinn. Das ist aber auch nicht richtig. Nö, ist es auch nicht. Dann gehen wir nochmal auf den anderen Berg. Wollte ich schon was sagen. Diese andere Insel. Was ist denn das hier? So ein Dings, was darüber ragt. Spring. Ein Monolith. Ja. Ach, jetzt sind wir richtig. Juhu. Gut. Jetzt habe ich gerade echt überlegt, warum wir überhaupt hier hinwollten. Äh, ich weiß auch nicht, warum du da hin wolltest. Ich wollte einfach mal die anderen Räume nochmal abchecken hier. Achso. Schick mal den Raum ab hier. Aber hier muss man auch noch nicht da oben irgendwo, oder? Doch, da oben waren wir schon. Doch, da oben ist ja auch eine Tür in dem Raum drin. Stimmt, da war ja die Tür. Aber haben wir die Tür schon geguckt? Guck mal, hinterm Wasserfall ist eine Tür. Achso, da war der Unendlichkeitsraum. Okay, dann gehen wir mal unter dem Wasserfall rein. Oder auch nicht. Also muss man den Wasserfall irgendwie ausmachen. Anscheinend. Oder kannst du vielleicht die Kiste schieben, irgendwie? Und was bringt mir das? Der Raum ist doch bis oben hin frei. Also ich müsste ja eigentlich reingehen können. Ja, vielleicht musst du ja in einer anderen Dimension dafür sorgen, dass das Wasser nicht mehr runterkommt. Aber die Kiste ist hinten, also beziehungsweise hier ist sie vorne. Aber ich gehe immer davor oder dahinter. Also ich kann sie nicht bewegen oder rüber spüren. Okay. Dann muss man noch irgendwas machen können, dass das Wasser da nicht mehr runter... Ich nehme mal an, das große Tor hinter dem Wasserfall wird, wo dafür sorgen, dass wir da ankommen. Das ist dann der nächste große Raum. Ja, da waren wir. Da ist ja noch ein Wiener noch ein anderer. Und da... Ich habe gar keine Ahnung. Jetzt, wo ist denn hier noch was? Ich habe mal heute drin. Da ganz oben waren wir auch gewesen, ne? Wie so sagt jetzt hier Voxel da nicht mal was? Ja, weil der blöd ist. Der weiß nicht. Hier ist übrigens auch was. Was ist das hier überhaupt? Wird wahrscheinlich auch irgendwo mal aufgehen. Ne, das ist fest hier. Ja, gut. Ja, ich glaube, das war wohl... Das hat etwas mit einem bestimmten Stein zu tun. Ja, da oben, das glaube ich auch. Ne, das heißt, das war wohl nichts. Das hat uns nichts gebracht. Ne. Ähm. Vielleicht gehen wir doch mal ganz zurück. Ja. Und wo sind wir Robb hierher gekommen? War das der hier? Ich glaube ja. Sieht gut aus. Jo. Hier war ja noch so jede Menge Zeugs hier. Naja. Da ist einer mit vier. Ja. Der mit den acht und der mit den 16. Ja, ja, ich weiß. Äh, und ich springe jetzt mal in den Tod. Gut. Hier, von hier sind wir ja gekommen am ganzen Anfang, glaube ich. Richtig. Da kommen wir nicht statt. In dem Moment, da sind solche Vasen. Waren wir da wirklich schon? Guck mal eben. Ah, doch. Okay. Das Bild mit den Vasen hat mich gerade eben irritiert. Okay, dann machen wir mal den Raum auf. Ding, 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 ding. Machen wir die Karte noch unübersichtlicher. Was soll ich übersichtlicher machen? Machen wir die Karte noch unübersichtlicher. Achso, ja. Dann sind wir jetzt da rechts. Aber wenn ich mir das Logo schon angucke, da auf der Karte, dann bin ich jetzt schon durcheinander. Ach du Scheiße, komm, mach wieder weg. Oh. Okay, das ist meinigungsgröße, als es von der ersten Seite aussieht. Da oben ist schon mal so ein Steinchen. Dann gucken wir mal, hier ist eine Tür. Oder ein Durchgang, ich guck mal aus, da ist. Oh. Ein kleiner abgeschlossener Raum, juhu. Das ist gut. Ich kann den Raum gerade nicht drehen. Aha. Das ist ein Ding. Aber guck mal, hat das vielleicht das Bild irgendwas? Bedeutet das Bild vielleicht irgendwas? Das ist die allmächtige Eule und da unten, die verbeugen sich davor, so sieht das aus. Die Kettel-Crashers. Ja. Das sieht aber aus wie eine Eule, ich glaube, das ist irgendwie... Aber ich kann ja nichts drehen, ganz komisch. Das ist so der erste Raum, wo das echt nicht geht. So, hier haben wir auch einen Durchgang. Ah. Gleich der nächste. Ich glaube, wir haben auch gleich wieder einen voll. Ah. Ich schaue jetzt rein. Ne, die sechste. So, fast zu weit. Und dann gucken wir auch gleich mal hier nochmal. Oh. Guck mal, da haben die Kettel-Crashers die Eule platt gemacht. Und grillen sie. Nein, das ist die Eule, sieht eher aus wie ein Monster. Das haben die gejagt und opfern sie für die allmächtige Eule. Hast du dir schon eine Eule angeguckt? Das ist ein Monster. Kannst du mal was dazu erzählen, Raupe? Äh. Ne. Aber den Raum kann ich auch nicht drehen. Also die kann man alle irgendwie nicht drehen. Die sind wohl davor verschont. Ist da oben noch was? Das ist auch nichts. Das heißt, dann gehe ich mich hier einfach mal weiter. Da oben war doch noch was. Ja. Was? Ne, du machst alles richtig. Ja, ja. Aber er ist Mecker, ne? Oh, wie ist das? Entschuldigung, erst mal gegen Anstehen. Natürlich. Und das als Kerl, du, ey. Danke. Bitte. Also ihr müsst das alle ein bisschen verstehen, Chris und ich, ne? Wir sind so ein bisschen wie so ein altes Ehepaar. Das hast du jetzt. Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Auf jeden Fall ungesund. Oh. Geh mir wieder weg, ich hab Angst. Chris ist die Frau. Ich bin natürlich der Mann. Hahaha. Merkst du selber, ne? Ich weiß nicht, woran du redest. Du bist der da hier rumzieht. Und wir haben mit dem auch den letzten Würfel jetzt, beziehungsweise den nächsten Würfel voll. Und sind jetzt auf 9. Boah. Wird immer besser, ja. Aber irgendwie. Irgendwie. Ich glaube, das war's. Ja, das war halt einfach nur mal ein paar. Steinchen. Endlich mal wieder. Ja. Aber ich will ja nicht meckern, ich bin ja sonst. Zu weiblich. Ne, aber das sah echt erst aus, dachte ich so, oh, hier kommt der krasse hin und her rumgerätselt. Dabei war es einer der einfachsten Level überhaupt. So kann man sich täuschen. Je, und das war jetzt alles für den Achterwürfel-Dings? Das war ja echt nicht viel. Nicht wirklich. Und das Problem ist, zum nächsten kommen wir gar nicht weiter. Ne, doch. Ne. Ach, das war der Vierer. Stimmt, das war gar nicht der Achter dafür. Vierer. Ja, gut. Wenn jetzt alle so wenig sind, dann müssen wir tatsächlich in diesen anderen überall nochmal richtig gucken, nur. Ja, da sind ja noch einige Sachen bei, die sind ein bisschen... Oh, Schiedwetter. Schon wieder Regen. Was ist denn das hier? Ach du Scheiße, wir kriegen einen epileptischen Antwort. Das ist die Blood-Dragon-Welt. Ein bisschen Neon und irgendwie der Hintergrund ist mir ein bisschen suspekt. Das ist wahrscheinlich die Amüsier-Mei. Gott. Das fetzt mal. Das fetzt mir ein bisschen zu viel. Guck mal da, die Leuchtreklame hat dieselben Zeichen wie das Artefakt. Ich würde mal sagen, das sind solche Aliens oder so, die gehen hier rum und das ist ihre Schrift und jetzt sind wir so ein bisschen im Brotlich-Milieu der Aliens gelandet oder so. Ah, Tentakel. Naja. Ja, nee, komm. Ah. Das ist wohl eine Toilette, wie das aussieht. Guck mal schnell wieder raus, ich will hier keine Alien-Toiletten sehen. Das ist wahrscheinlich eine... Hier ist noch eine Tür. ...Dings-Kabine für Aliens. Ah, okay. ...Heizkörper. Ja. Cool. Hat der Eng was gebracht da, der Heizkörperraum? Ist schon Gold. Ist der hier. Ne? Jo. Na gut. Sah wohl einfach nur cool aus. Und hier geht's wieder hoch. Was sind eigentlich diese ganzen Tiere hier? Überlaufen diese ganzen Tierchen hier rum. Kennst du als Städter gar nicht, wa? Tiere? Ne, aber dabei sieht das ja auch stetisch hier aus. So, was ist das denn hier so ein Schulraum? Oha. Kann man das sammeln oder so? Ich frage mich, ob die ganzen Sachen erst wert sind, dass man sich die so ein bisschen versucht zu merken. Also wenn ich mir das alles merken soll, was wir letztens an Zeichen gesehen haben, dann... Also so krasses... ...Merkvermögen habe ich leider nicht. Also ich gucke mir natürlich meine ganzen Videos zehnmal wieder neu an. Und schreibe mir alles auf, aber selbst ich bin nicht so verrückt. Denn ich bin faul. Und dann geht ja auch das Erlebnis kaputt. Wenn man wieder alles neu machen muss und wieder alles neu anguckt. Was ist das hier? So Betten, ne? Ja. Sind diese Räume wirklich aus irgendeinem Zweck? Oder sind die echt alle so überflüssig? Weil im Moment... Komisch. Hm. Ist sonst noch ein Raum? Ach da. Na, hier sind wir mal in so einem Teil. Irgendwie weiß ich nicht. Das alles für die ganze Zeit die Bregis und dann kommst du mal in so eine Welt und da ist nicht mal was. Das ist ja irgendwie... Hm. Ja, das ist dann ein bisschen ambiental. Einfach. Tja, das war dann eben 8 da jetzt auch alles, wa? Boah, dieser Hintergrundwechsel, der... Ich glaube, ich kriege gleich einen epileptischen Anfall. Das ist ja schlimm. Aber hier ist auch nichts mehr... Oh, bitte. Ich kann nicht mehr. Also, da sieht man das auch schon. Dieser Schulraum, dieser Klassenraum, der hat irgendwas. Ich habe aber keine Ahnung was. Und der Rest scheint auch schon wieder fertig zu sein. Der hat ein... Irgendwas Geheimes ist da. Und der Rest ist auch schon wieder abgedeckt. Das heißt, der Achter ist auch schon wieder erledigt. Ja, dann geh doch mal in den Schulraum rein. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt noch nichts machen können damit. Wo waren denn der Raum? Das war hier, oder? Nee. Dann war der hier unten. Ja. So. Aber ich kann hier auch nichts antippen und nichts. Irgendwas muss man hier ja machen können. Oder meinst du, man muss irgendwo anders was... Ja, das glaube ich auch, dass es vielleicht das Rätsel hier drin ist. Und dann kann man es nochmal gucken. Und vielleicht... Das könnte zum Beispiel eine Reihenfolge der Glocke sein. Oder irgendwas. Also, das sieht ja ein bisschen aus wie Tetrasteine. Und dann irgendwie so ein Weg oder sowas. Kann natürlich sein, dass die Glocke... Je nachdem, in welchen Reihenfolgen du sie tönst, dass dann andere Sachen irgendwo begehbar werden. Also, dieses Zeichen da und die oben rechts, die beiden, die sind auf jeden Fall auf der Glocke gewesen. Aber diese ganzen Zwischenzeichen... Nein, das oben links nicht. Sondern das mit dem Strich von oben. Das war da. Und das untere war auch da. Aber das mit nur Strich rechts war nicht dabei. Stimmt, du hast recht. Natürlich habe ich recht. Ja, natürlich hast du recht, klar. Also, hier ist ein Bild, wo ja vor so einem Ding steht. Gut. Damit kann ich überhaupt nichts deuten. Das wird der Würfel sein, den wir zerstört haben. Ganz am Anfang, glaube ich. Könnte sein. Und das ist... Joa. Ein Schiel-Rätsel. Eine Weltkarte. Oder schon eine Weltkarte, ja. Ach, ist das alles verwehrend. Aber sonst sehe ich jetzt erstmal nichts. Ich glaube mal, wir bewegen uns doch mal wieder zurück. Und... Ja. 16 Würfel haben wir jetzt leider noch nicht. Das heißt, wir müssen wieder in den anderen Welten rumgucken. Hier am Anfang haben wir ja eigentlich bis auf die beiden Rätsel alles gemacht. Der da hinten ist auf jeden Fall der mit den 16. Das heißt, hier oben müssen wir weitermachen. Gut. Ja, da ist noch einiges, wo wir noch nicht waren. Ja, da sind noch ein paar Steinchen, ne. Gut, ich würde mal sagen, das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Dann schauen wir an, was es da noch so alles zu holen gibt. Denn, ja, das reicht auf jeden Fall erstmal für die Länge hier. Wir wollen ja keine Überlänge machen. Denn ein bisschen Spannung muss ja auch sein für die nächste Folge. Was macht diese Figur die ganze Zeit hier? Diese komische Bewegung. Das ist irgendwie wegwürdig. Das nennt sich Tanzen. Nee, das war ja ich jetzt. Egal. Ach, du tanzt? Gerade. Ja, nein. Du spielst im Stehen. Ja, hör auf zu reden. Ich hab jetzt keine Lust mehr. Komm, er schläft jetzt auch schon ein. So. Chris und ich, wir freuen uns, dass ihr in der nächsten Folge wieder reinschaut. Likes, Kommentare und Feedback werden gerne angenommen. Und wir sehen uns hier. Gott, ich werd's nie schaffen, so ein Ende mal richtig in Ordnung fertig zu bringen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Ciao.